Prozent Prozent also ich pack jetzt erst mal alles hier unten rein also ich soll erst mal alle Sachen die wir so haben also da die Pfeile brauche ich hat jemand Pfeile im Überschuss wir haben keine Pfeile mehr wirklich haha im Überschuss Wortspiel verstanden Prozent ich glaube ob er gut ich habe nächstes Mal auf und sie wird es hier im Iron-Block eigentlich auch nein bei Effizienz 1 Schaufel Effizienz 1 Spitzacke Oh Mann So Haben wir hier noch mehr Feinern? Au Maurice mach nicht unnötig Pfeile Ich brauche noch zwei, drei Pfeile Wofür? Damit ich nicht draufgehe der Nebenschwert denn hier komme ich ja nicht mehr raus Ah, wann probiere ich denn jetzt hier? So, das ist ein bisschen so weh Ich bin hinterm Haus rausgekommen Hallo Tobi Hi Ne, ich bin hinten bei der Disco-Beleuchtung rausgekommen die Redzone am Ende, ich bin, ob das reicht kann ich nächstes Mal dann auch mal beigehen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe Hey, Chris, sollst du sagen, was richtig nötig ist? Na Ich habe dir fürs Handy ein Minecraft-Rezeptbuch geholt Hat er hier auch? Oh, sorry Ja, ich mein Hexer Also Wo schickst du mich dann? Ich bin entschuldig Ich hab dich verwechselt mit mir Kannst du mal bitte die Öfen in Ruhe lassen? Warum? Weil das meine EPs sind Und meine Ja, hey, wir wollen jetzt los, also, komm Was? Oh, noch kurz Was ist das? Was ist das? Nein Die hat er mir eigentlich gerade zugeworfen Warte, ich hab sie wieder Weißt du, klaut mir erst meinen ganzen Cleanstone aus dem Ofen und schmeißt ihn dann noch dir zu Ich hab euch Halt die Klappe Haben wir doch hier mit Gunpowder? Nicht für dich Es geht so mit Gunpowder, hör auf mit TNT Schnell halt alles Gunpowder, was wir haben in Sicherheit bringen Das war mir noch zum Dings für euch nie Oh Ich will in einer anderen Aufnahme noch nicht heute Das sowieso heute nicht So, wir reden heute aber ziemlich wenig, hält mir grad auf Findest du? Ich lade ganz weit, aber es kommt mir grad Ja, aber allgemein reden wir wenig heute Ey, ich brauch noch einen Gunpowder, ey Wichser Oh, ich hör auf mit TNT Alter, wie begeistert ich mich grad an Alter, wie begeistert ich mich grad an Was findest du? Ich find du gehst ganz normal Weißt du? Ja, so kling ich immer Also Ich hab noch Klingster von dir Boah Ich schmeiß dich vor das Haus, ne? So So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kisten Äh, Nico, guck mal was meinst du Wird das reichen? Oh, was? Weil den Mineneingang wollen wir doch sowieso noch woanders hinbauen jetzt, oder? Was? Die? Das, ja, den Mineneingang war doch der Plan, dass wir ihn noch woanders hinbauen, oder nicht? Äh, Mineneingang? Ja, aber wollen wir überlegen, wie nix wegen Raummountain frei wird, ne? Ja, weil sonst könnten wir theoretisch ja auch so einfach die Kisten lassen Alle doppelt übereinander, dann hätten wir zwei, vier, sechs, äh 24 Doppelkisten, das sollte eigentlich locker reichen Danke In so viel haben wir eigentlich nie dabei Und was tust du, Maurice? Ist dir auch gerade was? Er macht ganzen Dings mal auf und zu, Alter, das ist ja überhaupt nicht Das bin ich Such was Ich rüste von mir keinen TNT Wer sagt, dass ich jetzt TNT wollte? Ich suche was anderes Aber keine Eisenrüstung bauen Ne, ne, ich hab auch noch einen Brustpanzer bei mir Ja, warum wir jetzt, bleib mal los, sonst sind mein Fleisch jetzt nur durch die Rumrücken alle Habe ich alles Ich geb den Tipp, hüpf nicht rum Rum nicht Ah, Tobi Lass mich in Ruhe Ich darf ja nicht rumhüpfen Also muss ich mir ein anderes Hobby suchen Dann hüpf lieber rum Ich habe sieben kostbare Level Ich stalk dich jetzt Ich stalk dich jetzt Tja, hast du von mir aus gen... Ah, ne, ich... Schaffenes Knockback, du? Smite Knockback Mann, das ist cooler Was bringt Smite eigentlich? Gegen, ich glaub gegen Untot oder auch Nuiden, ne? Oder Spinnen oder Dings Zombies Okay, ich bin kein eins von beiden, also ist mir egal Fick dich doch! Was ist? Ich will die XP aufsammeln Zu XP! Oder ist das mittlerweile gepatcht, dass sie einfach droppt? Weiß ich gar nicht, haben wir noch gar nicht drauf geachtet Ganz am Anfang wurde die doch immer gedroppt Könnt die doch jeder aufsammeln Wehe, wenn die Öfen leer sind Wo können wir jetzt endlich mal los? Es ist 10 nach 10, nur so nebenbei Ja, was? Wieher? Hm, genau Ja, welche Richtung wollen wir gehen? Eine Karte dabei? Ein Kompass? Eine Uhr? Ich hab'n Kompass dabei, nicht Ich crafte eine Karte Okay Nico craftet eine Karte und gibt sie mir Ich hab'n Karte Das war doch Papier und ein Kompass in der Mitte, oder? Ja Das heißt, ich brauch' vier Eisen Acht, eins, zwei, drei, vier Warum haben wir nicht irgendwo noch'n Kompass? Na genau Ich könnte dir einen geben Hm, ich hab' selber einen, aber will ich nicht benutzen dafür Schon mal Fischbraten, ja So, soll ich denn hier den Mittelpunkt nehmen? Ähm, haben die schon noch Karten im Mittelpunkt hier? Also irgendwo haben wir ne Karte damit, ja Du musst das ganze Weizen eigentlich hinkommen, Tobi Okay Ähm, da hinten irgendwo Wenn du was zu fressen brauchst, ich kann dir auch Fleisch geben Das? Aber ich hab' die Tiere gezüchtet damit deswegen Okay Es ist sinnvoller, wenn wir damit jetzt erstmal die Tiere züchten Achja, wir haben ja nicht mittlerweile schon ein paar Küchen und ein paar Hühnchen Gib mal nichts an, ja Fleisch Kann ich machen Fleisch Kannst ja mal gucken, wie viele Schafe wir jetzt mittlerweile haben Fleisch Lass mal einfach in die Richtung gehen Ja, äh, Fleisch Kommt der Rest Guck mal, Nico, guck mal auf das Das würde überhaupt nicht legen oder so Guck mal auf den Anbau Ich hab' irgendwie auch das Gefühl, das bringt gar nichts, wenn wir laufen würden Weil wir eh in jede Richtung, glaub' ich, schon so weit geguckt haben Dass die Karte gar nichts mehr bringt Ich glaub' auch Was seid ihr? Äh, Scharfarm Da durch, ja Nico, warte mal Dann kommt man, glaub' ich, gar nicht durch Ah Äh In welche Richtung? Lass mal ein bisschen so schräg Hotel Scharfarm gehen Die Ecke Komm' auch zur Scharfarm Chris Ich bin mal wieder reingefallen nach unten Ach, da bin ich natürlich nach oben wartet Nein Okay, natürlich in die Spitze Mach so Niko Niko Ach, glaubst du Breakdance Alter, dass dem nicht langsam irgendwann mal die Füße wehtun Pfff 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 er kommt er kann das haben extra mit so nachbleiben man hat sie auch gar nicht die wieder kauf hier hat und keine übernachtungsparty übten keinemort ich schnauze mich noch alles selbst ich habe Angst ich habe nur mal eben den Schalter abgerissen draußen, damit mir keine Spanner reinkommen los, blick dich jetzt schlafen du lernst nacht boah, Tobi, schlauchst du derbe Tobi, schlauchst du los, du komm im Chat zu hören ja, los, komm, auf geht's dumm, dumm und mal wieder gegen die Wand, lauf mein Zimmer, aus aus, komm ich hier nein, darfst du nicht will ich aber spring genau, Moria ja wieso gibt es keinen hinterherausgang mehr, im Hotel trau niemals mir, Moria, trau niemals mir so, kommt jetzt hinters Hotel na, Hexler darf ich vielleicht erst mal aus dem Brunnie kommen trau niemals den wahnsinnigen Personen oh cool, wir haben Eisen genau hinterm Hotel hallo Tobi hä 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 du, 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 du ich war doch zwei Eisen, ich hab zwei Eisen kommt ihr jo weißt du mich, oder steht dein Skelett enttäuscht dich au das war dafür, dass du mich runtergeworfen hast Chris ja da ist Chris, so, auf geht's wo ist es ah, das Chris Al Chris weil ich glaub die Richtung hat man sind wir noch gar nicht so weit gegangen alter Delta, du siehst aus wie ne Leuchtlampe, du blinkst juhu auf mich zu schlagen, mir ist so weh ja au, ich hab kein Leben mehr ich hab auch drei Herzen ja, hört jetzt auf jetzt ging's eigentlich nicht töten weil das zu weit dauert, bis wir da sind oh, die Welt baut sich dann nicht auf Aua ähm ähm Nick, äh, Neil Green haben wir die Rollen getauscht wieso? ja, alle verlieren mich wieso, ich seh dich noch ah, ah egal hat sich einer die Koordinaten vom Haus gemerkt? ich hab ne Karte ich bin im Bau, lass mir ok, also heißt das nein dann er kommt dabei ja er ach, er nutzt auf meine extrem guten Skills ne aber auch gesehen, weil ich hacken äh, hacken ne, extra Schmeinen so so wie sie, wie gar ich das finden konnte kommt ihr? hallo ja komisch, ich bin der erste und ich lagge ou ich bin auch dabei Holzammeln ne, bald hm, also ich frag mich ob ich gerade richtig laufe Ich folg der im Hintern, Hexer Äh, minus 71, 552 Ja, wir sind berichtig, Hexer Siehst du das nicht so? Siehst du? Braust du mit Kürbissen Nein, er braucht nicht mit Kürbissen, nein Nein So, egal, los, komm, lass weiter Vielleicht können wir bei den ja Holzhandeln Hat jemand Knochen mit? Ja, nee, warum nicht Hier ist ein Wolf Juhu, mein Wolf, mein Wolf, mein Wolf Ich töt ihn nicht Was? Was sagt ihr? Du musst noch einmal Extreme Hills finden und dann Dings, ne? Neugeneriert Extreme Hills und dann Emeralds einfach, ne? Ich tötere mich, die Emeralds zu verdienen bei dem Dorf, dann Ja, wieso, wie können die noch züchten? Was? Die Vieh, ja, die MPCs Sammeln einfach Eisen und bauen wir ne Eisenbahnstrecke hin, fertig Hundiii